...gewischt bekommen und sagt... ...don't care. Wenn schon da... ...schneit es. Was ist das? Was ist das? Oh, verdammt! Pferdchen, bleib hier. Ganz ruhig. Okay. Kannst du gehen? Jo... Knappe Sache, alter. Ich glaube, wir sind sicher. Joel? Joel? Shit! Joel! Get up, get up, get up! Du musst mir erzählen, was zu tun. Komm, komm! Du musst weg! Joel? Oh, fuck! Winter! Ja, toll! Und? Was ist mit Joel? Das ist viel wichtiger! Scheiß auf die Jahreszei... Wow! Ist aber krasser Winter! ... Eine Gäste! Oh! Nein, du bist eine Gäste! Was ist denn... Oh! Oh! Warum? Warum? Oh. Oh. Oh, ein Hirsch. Oh nein. Wo warst du denn? Hier bist du. Ich weiß nicht, wie sehr das Spiel das nimmt. Ich hab jetzt keinen Bock, die ganze Zeit zu schleichen, wenn ich ehrlich bin. Wo ist er? Da. Da. Oh, nur noch kack. Wie leise soll ich denn sein? Ich hab ungelogen keinen Bock, so lange zu schleichen. Okay, ich seh ihn nicht. Was hat er denn hier? Was hat sie denn hier? Witze und Wortspiele? You gotta be kidding me. Was ist das für ne Scheiße? Wieso? Wieso? Wieso hat sie das Bild? Ach, er hat ihr das gegeben. Gibt's ja wohl nicht. Okay. Ellie, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immer zu an und bin überwältigt. Du bist noch kein Tag alt. Aber dich zu halten ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben. Das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Und ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, würdest du dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen. Diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden. Aber du musst immer daran denken. Woran denken? Oh. Das... Das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmungen und Kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter. Anna. Mach mich stolz, Ellie. Sony Walkman. Mensch! Der ist von Sony! Was für ein Zufall! Huh. Ach, der dämliche Roboter. Oh, der dämliche Roboter. Ist so. Ich vermisse dich. Wiley Able. Um zu der anderen Seite zu kommen. Um zu der anderen Seite zu kommen. Okay. Das hat mich jetzt irgendwie gerade mal interessiert, was sie alles so da beisichert. Wo ist jetzt dieser dämliche Scheiß... Hirsch! Da! Da! Da hinten... Okay, er ist da hinten hin. Warte mal. Meinst du, wenn ich je lang gehe, treffe ich vielleicht auf ihn? Ich müsste ihn halt sehen. Dann wüsste ich auch genau, wann ich leise sein muss. Aber ich seh ihn halt immer erst, wenn er wegrennt. Ich bin ein echt schlechter Jäger. Da! Da ist er! Warte mal. Ich geh mal da oben auf den Berg. Oh oh. Okay. Warte. Du siehst mich nicht. Bäng! Bäng! Ach, fuck. Na, wo ist er? Da ist er. Drehe ich ihn von hier aus? Tja, tatsächlich, Alter. Ja, das war echt ziemlich schlecht. Ich hätte nicht was getroffen, aber hey. Ah, jetzt lässt der Ficker auch Blutspuren. Das ist gut. Ich hätte natürlich auch vorher auf die Fußspuren achten können. Oh Gott, ich bin so blöd. Da ist er. Na, von hier aus? Was meint er? Wird das was? Das wird nie im Leben was. Das wird nichts. Ein bisschen näher ran muss ich dann schon noch. Oh Mann. Was denn? Ich hab doch getroffen. Oh Mann, wo muss ich denn treffen, Alter? Ja. Kann das viel nicht einfach mal verrecken? Äh, Fußspuren. Da. Okay, er ist hochgerannt. Er ist wahrscheinlich wieder da, wo er eben schon war, war? Ja, frei mich auch. Warum lebt das Ding noch? Oh, jetzt hab ich aber, glaub ich, irgendwas getriggert. Womit er woanders hinrennt. Wahrscheinlich verblutet er... Ich wette, er blutet da jetzt irgendwo und... ...ist fast am Kripieren oder so. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Wo ist der? Was ist dieses Ort? Willst du mir sagen, du warst hier noch nie? Okay, irgendwo hier muss er doch sein. Alles ist cool. Ist das mein Pfeil, der da in ihm steckt? Ich will's hoffen. Wer ist da? Komm raus! Hallo? Wir wollen einfach sprechen. Any sudden moves and I put one right between your eyes. Ditto for Buddy Boy over there. What do you want? Name David. This here is my friend James. From a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. So am I. Women and children. All very hungry, too. Well, maybe we could trade you for some of that meat there. What do you need? Fleisch. Weapons, ammo, clothes. Medicine. You have any antibiotics? We do. Back at the camp. Welcome to follow us back. I'm not following you anywhere. Buddy Boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up. You put one right between my eyes. Genau. Two bottles of the penicillin and a syringe. Make it fast. Go on. Okay. Okay. I'll take that rifle. Heh. Of course. Jetzt wird's aber gierig. Jetzt wird's aber gierig, doch. Bring him with us. Ach ja. Schönes Lagerfeuer. Geh dir nichts an. Look, I understand. It's not easy to trust a couple of strangers. Whoever's heard, you clearly care about them. I'm sure it's gonna be just fine. We'll see. Oh shit. Clicker. Heh. Weiss ich. Weiss ich. No matter what, we have to keep them out. Let's hope they don't find them. Cover the windows. Okay. Okay. Ich würd ganz gern ihm das Gewehr geben, ich kann nicht so gut gewehren. Was denn? Ich seh nicht mal. Oh, ich hab auch keine Pistole, ne? Doch scheiße. Ich hab das vorher gemacht. Ich hab das vorher gemacht. Habe ich schlagen? Oh, tatsächlich. Ach ja, ich hab ja meinen Butterfly an. Was haben wir denn hier drin? Was haben wir denn hier drin? Hehe. Was denn? Na klar, na klar. Bin sofort dabei. Oh, da kommen sie schon. Woa 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 woa. Komm schon. Komm schon. Mann. Oh, fuck. Was war mit ihrem Gesicht los? Okay, schlagen ist nicht die beste Idee. Habe ich jetzt... Äh, eingesehen. Gott sei Dank galten die nicht so viel aus hier, ey. Fuck. Oh, das gibt's doch... Lass mich. Okay, wo ist der scheiß Clicker? Da ist er. Ach, fuck. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Warum sind da auch Clicker, Alter? Hätten das nicht ganz normale Infizierte sein können? Die, 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 die... Wala. Oh ja, mhm. Danke sehr, vielen Dank. Ja, mhm, okay. Hinter mir? Was hinter mir? Oh Gott, hinter mir. Let's go! Oh, das Ding drückt mich um. Nimm schon das Medi-Pack. Oh, du brauchst du eh nicht lange dafür, ne? Oh, fuck. Das Vieh macht mich wieder Platz und davor. Ich bin... Ja, na klar. Das ist ne Scheiße. Warum muss ich mit Ellie spielen? Die kann nichts. Ich will nicht mit Ellie spielen. Die ist überflüssig. Die hat nichts drauf. Oh, fuck. Ich lüge ja nicht mal. Mit Joel hab ich alles voll ausgerüstet, Alter. Da könnte ich easy noch mit meinem Messer und so ne Scheiße abwehren. Ja, leider nein. Oh, fuck. Oh, lad doch nach. Okay, gib mir die Munition. Ich muss nachladen. Oh, shit. Bin da, bin da. Oh, fuck. Ah! Oh, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ja. Wie soll ich das denn machen, man? So ne schwule Scheiße, ey. Wie geht auch keine verfickte... Ich hasse es mit diesem Gewehr zu arbeiten. Das Ding hat... Können die einfach raus und rennen? Wunder mich ja, warum die alle nur einen Schuss brauchen bis sie tot sind. Na gut, dann wär's wahrscheinlich noch schwieriger, ne? Ähm, left ist, left ist da. Ähm, left ist, left ist da. Also... Das finde ich... Finde ich unglaublich toll. Und ich muss nachladen. Oh, fuck. Ah... Let me look. Okay. 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 Okay.